Hallo liebe Sternenfreunde, die Horoskope für den August sind online. Anfangs ist es noch ziemlich unruhig, aber die Wende kommt Mitte August. Dann passt vieles zusammen, was vorher noch chaotisch erschien. Und ich habe aus gegebenem Anlass das Horoskop von George Clooney analysiert. Wer auch im August noch auf sich Acht geben muss und für wen es ganz entspannt läuft, das und mehr erfahrt ihr in meinen Horoskop-Videos. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Ich freue mich auf euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf euren Besuch.